Der Druckkissensatz hier ist optimal zum positionieren, zum fixieren, zum abdrücken von Karosserie teilen und die details die schauen wir uns jetzt an. Die Druckkissen haben eine Größe von 161 x 166 mm, sind, wenn sie ungefüllt sind, 2 mm stark und können maximal eine Höhe von 50 Millimetern erreichen. Jeweils wird eine Kraft von maximal 135 kg beim Abdrücken erreicht. Zudem sind beide Kissen mit einer Druckpumpe ausgestattet. Die Druckpumpe hat auch ein Ablassventil, um komfortabel die Luft wieder aus dem Kissen herauszulassen.